mandukasana in shirshasana auch genannt mandukashirshasana oder bekashirshasana ist der frosch im kopf stand raffaella zeigt wie es geht ausgangsposition du kommst zum dreiecksstand die hände auf den boden den kopf auf den boden und dann gibst du die knie auseinander du hältst die oberschenkel parallel zum boden und die füße nach oben so hast du mit den beinen einen frosch und auch mit den händen machst du es ähnlich wie der frosch und so ist das mandukasana der froschkopf stand